hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge battlefield 20 42 ich freue mich natürlich wie immer dass ihr wieder dabei sein und ich versuche ganz schnell einen schrauber zu bekommen habe ich aber nicht irgendein fahrzeug egal gut und sanduhr meine nicht wirklich lieblings map aber wir wollen punkte machen und darum geht es ja hier die feindstärke ist unbekannt wir erwarten heftigen widerstand heftigen gute jagd diese intro scheiße warum kann man das nicht überspringen ich sehe ganz cool aus von der d1 rennwagen gefühlt hier wir haben soeben sektor delta eingenommen die meisten sektoren sind unter unserer kontrolle stabile laterne ich denke die offensiv keine sau scheiße oder fahren oder einigen fahrer fahr fliegen in Ich denke... Ah, fuck, aber jetzt... Hab ich eh nie gekriegt. Versorgungsabbrot bereit. Sektor Alpha ist an den Feind gefallen. Ruckel! Wow, 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 wow! Ich kann doch Min legen, aber... ...bringt ja hier die vier. Fuck! Mann! Ach, Kerl, der lief doch schön weg von mir. Gut. Andere Waffe, anderer Spaß. Alliierte Truppen nehmen sich Bravo 1 vor. Die Sniper, die ich schon am meisten modifiziert habe, ist tatsächlich die hier. Mal gucken, was es für Fliegen gibt. Gute Aussicht. Boah. Gute Aussicht. Boah. Als ob ich es geahnt hätte. Man kann sich erst mal wieder umgewöhnen bei den Gewehren. Aber den habe ich jetzt im Visier. Den wird kriegen. Komm mal, was wolle. Ja. Da müssen wir wehen. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Weit weg! Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feind und Mehrheitskontrolle. Okay. Mehrheitskontrolle. Boah, was ist denn los? Nee. Alter. Feindlicher Helikopter an meiner Markierung. Du siehst wie weißt, ob die Gegner, wenn er es an der Markierung markiert. Machen die Leute ja immer selten. Lagerbericht. Okay. Alles läuft nach Plan. Wir halten die Sektoren und werfen den Feind zurück. Achter, warum hat man eigentlich keine Chance? Wenn die einmal einen anhitten, ist man einfach schon tot. Das war es dann. Was haben wir hier? Ach komm. Toll. Sechs Sekunden. Kann ich ihn dafür wenden, wenn ich da beim Spawn sterbe? Ja. 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 Was hat er denn gehabt? Er ist doch so wie eine Atombombe, ey. Aber war einer mal gesnipet. Immerhin. Wir greifen bei Bravo 1 an. Da kann man nie entscheiden, was ich nehmen soll, ne? Wow. Lack. Ich kann auch mal Lack haben. Schnelle Aufzauber. Natürlich ist er ein Sturm. Ich hoffe, er ist so weit, alles. Alles ruhig. Immer da sind die Ziele, die sehe ich nicht. Hopp. Einige unserer Truppen kümmern sich um Bravo 1. Sektor Charlie ist in Feindeshand. Wenn wir sie nicht aufhalten, wählen sie jeden Sektor ein. So. Der hat gleich auf. So lange sehen wir gar nichts. Scheiße. Wir gleiten auf einmal irgendwo hin. Ja, jetzt hört der Sturm natürlich auf. Scheiße. Schütz. Gegnerisches Fahrzeug. 280 Grad. 300 Meter. Oh, hier kennt man gar nichts, ne? Die verkaufen sich so teuer wie möglich. 350, das Stück. Kein Sichtfeld. Die sind immer so schnell wieder weg. Unsere Truppen kontrollieren Sektor Echo. Sie haben einen Panzer. 300 Grad. 150 Meter. Hochkumpel erst mal nicht. Auch ihre Flares schießen. Ist ja die schon mal los. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Freitag Mehrheitskontrolle. Wir sichern vier Charlie 1. Das hat eine gute Sniper, ne? Soll man sagen. Das war ein gutes L-C-M-G. So schnell. Man hat einen langen Weg immer hinter sich hat, ne? Bevor man überhaupt irgendwas schafft. Sie verbergen es zwar, aber sie fluten. Oh doch. Alter, wie nah soll ich denn da noch dran? Man! Man! Aber der Köln! ich bin auch fast anderes konzentriert ich sterb da immer sofort von diesen scheiß treffern und die machen was sie wollen mit eines hier gegenseitig ist schon pech ich weiß nicht was ich dafür noch freischalten kann für die scheiß positionen die macht ja gar keinen spaß einfach zu sagen müll keine ahnung wo der herkam mülltüten wird einfach immer da niedergeschossen wo er gerade ist eines unserer ziele wurde angegriffen unsere leute attackieren alpha 2 wir haben ein ziel übernommen ich will nicht hin das weiß ich nachher nicht was im sand einfach zurückgegangen die gegner haben sektor echo erhobert alles volle eigene trotz des schießt alliierte truppen bei 50 prozent stärke das muss ich entgegen lassen für ein stadion eh Jetzt ist er überall weg. Verbündete unterwegs zu Alpha 1. Rennen hier rum und die Toten fliegen durch die Gegend und das war's. Rauch reingepanzertes Fahrzeug an meiner Markierung. Anfrage erheißen. Fahrzeug ist freigegeben. Fahrzeug ist freigegeben. Will der raus? Ah, hier sieht's dann draußen aus. Ah, ein Kopf voll. wie viel da rein das ist unfair einmal messer und der messer den ich das ist auch ein schroflings Das ist ein bisschen besser. Little bird. Das sind die Esser-Aketen. Sie haben Delta-1 angekömmelt. Was? Wir sind oben gekommen. Irgendwie haben wir erschossen, um den Schrauber. Mit der dicken Salve. Ich weiß nicht, wo ist das Dach? Ich bin eigentlich nicht auf Dach. Fretten, was zu retten ist. Der Delta-1 wird angegriffen. Ist da nur eine Mina? Ja. Was ist der Schluch? Melikopter! Melikopter, wenn sie zirken. Die Ressourcen für Versorgungsabwurf verfügbar. Wettbelegen. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Komm. Die Fließenslehre. Die Schieße immer auf wem, ne? Von mir sind die immer gute Deckungen. Die Schieße immer auf wem, ne? Die Schieße immer auf wem? Sie greifen eines unserer Ziele ab. So, ach, Mann! Panzer geortet. 0,50 Grad. Weit weg! Weit weg! Boah, ey, beim Weglaufen. Ein famoses Ziel. Da weiß ich auch gar nicht, wo ich spawn. Ein ganz famoses Ziel. Und erledigt. Rätter 1 wird belagert. Ah Mann ey, lecker mio. Wo kam der jetzt schon wieder her? Wie kann der mich denn da gesehen haben? Ich bin gebückt. Wir laufen weg. Ah, wir verlieren. Oh, je. Das ist wieder okay. Schnell nachladen. Nein, nicht doch nicht. Oh, 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 oh. Eines unserer Ziel, der wurde angegriffen. Oh Mann, haupte, sauer. Oh, was passiert hier? Was willst du denn da machen? Was hast du denn da für eine bescheuerte Panzertacke? Und du schieb dich einfach nach vorne. Und was bin ich? Bin da nur mit fliegender Wetten. Kann gegangen. Oh, das war den Heli in Ruhe. Äh, den Panzer in Ruhe. Ein Ziel wird angegriffen. Oha, Falsch im Kill. Ach, muss ich hier vor dem landen? Hey, ihr habt doch keine Waffe geswitcht. Nimm da. Das switcht die Waffe einfach zurück. Ja, das wäre so ein richtig schönes Messeropfer geworden, ja? Keine gute Zeichen, oder? Jets sind abartige Ziele, ey. Sie haben Sektor Alpha erobert. Super, aktiviert. Sie haben... Boah, ich hab Mina gelegt, irgendwo. Ich hab Glück gehabt. Kommt der noch mal wieder? Alter, was passiert da? Neuzig-Hubschrauber. 134 Tickets. Nein. Ich bin in die Bühne getroffen. Sektor Alpha ist an den Feind gefallen. Schwierige Runde. Ich mag die Nippe überhaupt nicht. Wir müssen die Niederlage akzeptieren und uns zurückziehen, solange wir noch können. Bitte. Das ist zu einfach. Das ist zu easy. Das war nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Aber das ist noch Luft nach oben. Na ja, immerhin. Aber ich mag den Aufklärer lieber. Da schaffen wir in einer Runde jetzt noch 77. Natürlich schön. Und wir müssen gucken, ob ich überhaupt noch was freischalten kann für die Waffe, die ich gerade die ganze Zeit benutze. Aber... Da hab ich schon so viel mit gekämpft. Bereit. Unterlauf. Ist das die? Ich bin falsch. Die. Ja, da kommen tatsächlich nur Sachen. 300 Kills, 230 Kills. Und es gibt sogar noch Scopes. Das war ja das Traumscope. Ne, gar nicht. Das hier. Munition noch? Ne. Das war's. Also, es gibt ein bisschen, gibt es noch freizuschalten, aber nicht mehr viel. Für die gibt es noch Scopes. Wo landen wir denn jetzt? Kleiderscope. Eine seltene Hunde. Aber da machen wir mal richtige Aufklärung und richtig Punkte jetzt, damit wir Level 77 erreichen. Wir haben einen Notfall. Russische Truppen wollen ein Datenzentrum im südkoreanischen Songdo übernehmen. Sollen sie doch. Was auf diesen Servern ist, wollt ihr nicht wissen, aber sie sind wichtig für unsere Operation in dieser Region. Weitere Einsatzkommandos sind bereits unterwegs. Ihr müsst eure Angriffe koordinieren und die Ziele sichern. Macht euch marschbereit. Toll. Macht euch arschbereit. Will er noch mit Flieger bitten? Intro. Ah, doch ein Minigun. Unsere Truppen rücken zu Bravo 2 vor. Wir haben ein Ziel gesichert. Wir haben ein Ziel gesichert. Sektor Golf ist an unsere Feinde gefallen. Das sind so schöne Ziele. Unsere Truppen kontrollieren die meisten Sektor. Zu der Markierung vorrücken. Na, zum Hubschrohr. Fahrzeug verfügbar. gedeckt die assist immer nur überfahren 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 wir haben nichts anderes zu tun als durch die Gegend zu fahren und Leute umhaufen zu plästern eines unserer Ziele wurde angegriffen ja aber Glück gehabt da nur kurz ums Eck Gegner am Sektor Delta besetzt so'n gezappelt feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele weg ist füch ihn ein wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren wir müssen endlich Sektoren sichern Zeit hat Mehrheitskontrolle Sniper auf mich alliierte Truppen haben Sektor Bravo reingenommen ich will einen weit snipen da kommt drauf aber die gucken da gar nicht mehr rüber das machen die gar nicht mehr so gerne hier schaust du die Trotzel da ist doch einer oben drauf da muss doch oben gewesen sein hab ich nicht gesehen wir haben die volle Kontrolle über Sektor Golf war für mich unsichtbar muss ich sagen die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle ein Gegner mehr Bericht! es ist zwar noch etwas früh aber wir sichern Territorium nacht klar hä? was ist da geschehen? unsichtbar diebeyお願いします hoch nach Hej Dent ist bei Golf 1 durchgebäucht das lassen wir die mit uns machen hier das ist ein schrubbschrabs ich kann damit nicht fliegen und andere können deswegen hat sich die ordentlichen raketen unsere truppen kontrollieren die meisten sektoren das ist für eine scheiß posi hier das hat schon ein knopf der schlacht setzt ihnen weiter zu egal wo du steht der kann hinter beton stehen der erwischt dich dann die meisten sektoren sind jetzt unter unserer kontrolle das hört sich gut an damit bin ich einverstanden die leute sind aber auch alle am fliegen oder irgendwas am tun wir haben die kontrolle über sektor von ja mein ordenswand da habe ich doch gerade hingeguckt da war doch gar keiner mann keine sau war da und auf einmal ist einer hinter dir das ist ja echt der wahnsinn ein eines unserer ziele ist verloren richtig hochfahren da oben ist die hölle los unsere trocken sichern voxtrot 1 unsere trocken kontrollieren die meisten sektor immerhin gab es noch ein extra da kann mich keiner rennen ok sie kontrollieren sektor charlie machen immer nur die drei scheißdinger die die schwebefunk gefährlich aber die waffe ist geil die habe ich nicht das habe ich gerne wir haben sektor alpha eingenommen wir haben alpha 2 abgeriegelt da ist alles unser da ist die gegner repariert hoffentlich taktisch die verbündete haben mit der sicherung von hier gold 1 begonnen Ich bin da leider verfolgt. Nordpack, zurück in den... Manchmal kann man ja fliegen einfach nur gerne damit, ne? Wir machen ja nur Assistants, mehr machen die ja nicht. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Das ist gar nichts aus der Assistants. Boah. Hä? Achso, ich war nicht im Kampfgebiet. Kann passieren. Alpha 2 gehört uns. Oh, der muss aber jetzt ganz schön an der Eier. Sie greifen eines unserer Ziele an! Lade nach! Hunde! Wir haben die Hälfte unserer Ressourcen verheizt. Wir sind da nicht hoch. Aufpassen! Mann, ey! Diese Scheiß-Wach-System-Dinger, ne? Die sind auch noch so... Die sind auch wieder fünfmal stärker als jeder andere Panzer. Kommt keiner. Doch, der kommt näher. Ist ja schnell sogar. Danke. Alliierte Truppen haben Sektor Bravo eingenommen. Hier! Munitionsnachschub! Angriff auf Ziel Foxtrot 1 eingeleitet. Na ja. Nö, komm. Schon dieses Gebäude? Wir haben hier noch ein kleines Stümmchen. Wie wäre denn das было? Ja! Wir haben hier die Bremse hier, ich habe das Gebäude. Das ist ein ganz schönes Gebäude. Ich bin hier das gebäude. Sektor Bravo-Torstraße noch. Sektor Bravo-Torffekt. das ist ein bisschen munition wenn ich brauche sogar ich markiere direkt ziele damit er was zu tun hat also ich habe den zweimal mit messer erwischt was soll das für eine scheiße warum ist messer denn so unglaublich schwierig dass wir doch die pistole gewechselt in der zeit das wetter schlägt auf so ist ein ding feindliches fahrzeug geordnet 070 grad etwa 70 meter von meiner position ein tanzer mit gesichert raus meine munition Zu starker Sohn. Das Füßchen war schon zu sehen. Aua. Raus hier, egal. Panzer. Panzer. Und bababam tot. Schlecht, ey. Die schlimmsten Maps, die ich kenne. Das ist doch wieder, dass du schützt. Damit kann man ordentlich Kills machen. Aber der darf nicht so verdammt hochfliegen. Da will das Dach, okay. Kann nicht weiter nach links. Na ja, wir haben viel damit gemacht, lieber hin. Sektor Alpha wurde gesichert. Fabb. Sturm kommt her. Wo ist das? Treib zu! Polizio! Okay. Der Feind greift Bravo 2 an! Sektor Golf vollständig gesichert! Was? Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Dann machst du nichts beim Guter Hüpfen. Los. 6 6 6 7 6 8 9 7 8 8 8 8 9 8 Ja, bitte erschieß mich mal. Dankeschön. Bravo 2 wird belagert. So, viele Tickets gibt es nicht mehr. Es gibt auch nie was hier. Das ist doch mega mies. Warum nicht nur eine Wiese? Wir haben ein Ziel verloren. Den Adi jetzt verwenden geht in fast allen Bereichen der Nachschub aus. Die Feinde kontrollieren jetzt Sektor Echo. Feindliche Einheiten haben Echo 2 in ihre Gewalt gebracht. Ja, schau mal hierher. Was? Nur sein Kopf reicht aus? Der muss doch mit der Waffe über eine Deckung kommen. Wollen wir auch mal einsteigen? Ja, bloß noch. Alliierte greifen bei Echo 1 an. Habe ich auch noch nichts gemacht mit der Waffe. Das ist eine gute. Stelle Munition bereit. Nichts, nicht nur die , nicht nur die Zeit. Wo ist das, Lab? Wow. Diese verkappten Hübschrauberpiloten. Alle Sektoren, Rückzug. Die Schlacht ist verloren. Wir brauchen heute nicht noch mehr Verluste. Schade. Seid nicht traurig? Manchmal läuft es eben nicht optimal. Das war nicht schlecht, oder? Manchmal zahlt sich harte Arbeit aus. Vier Auge. Sichtungssitz ist drei. Was für ein Erfolg. Gut. Oh, nicht Punkte, aber noch nicht genug. Ich weiß nicht, ich hänge noch einen dran, wenn es sich reicht. Aber es reicht. Ha, Gott sei Dank. Level 77. Gucken. Irgendwas freigeschaltet? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen an der Stelle, vielen Dank für's Zusehen. Ich werde mir nächste Folge mehr Mühe geben. Ach doch hier. Oh, mein erstes Episches. Bis dann. Bis dann.